So Leute, es gibt Walner mit den Shorts. Hallo, ich bin ein Lenkrad. Du kannst mich ganz viel drehen. Und wenn du auf mich drückst, dann mach ich so ein Hup. Und das ist kein normales Lenkrad. Stimmt. Der neue Tesla, also diese Top-Modelle, die haben ja irgendwie so ein, ich glaub es nennt sich Jogt-Lenkrad. Das ist mega strange, das hat das Ding hier oben einfach nicht. Ach du heiliger Popel, er ist wach. Hey, ja normal, du verstehst es nicht, du hast seit 2016 geschlafen, weil du auf den Kopf geflogen bist. Oh lol, YOLO. Stimmt, das mit dem Becher. Junge, kennt ihr das noch? Dies, und dann so. Leute, lass diese Kreatur nicht raus. Oh nein. Bro, oh mein Gott, du bist wieder aufgestanden. Ja, normal, schau was ich kann. You don't watch me, hey, hey. You don't watch me, hey. Copyright, Copyright, Copyright. Meinst du das jetzt ernst? Ja, ich mein's ernst. Achschuh. Wey, yo, das hast du... Aber Dem war doch nicht 2016, oder? Dem war doch viel später. ...so gerade nicht gemacht. Hä, doch, das ist ein Trend, das macht jeder. Hilfe. Ah ja, noch was. Ich hab seit heute irgendwie so komische Halsschmerzen. Oh nein. Ich muss auch husten. Hey, hey, hey. Ich habe heute was gegessen und nichts geschmeckt. Das kann nur eins bedeuten. Und ich habe gefurzt, aber ich konnte nichts riechen. Nicht schon wieder. Das war echt keine geile Zeit. Oh, oh, oh. Go, 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 go. Das ist ein High. Oh Gott, das würde ich mich nicht trauen. Ich hätte einen Herzinfarkt. Aber es ist schon geil. Junge, du kannst einfach durchgucken. Juliana, du bist jetzt 21 und dein ganzes Leben Single. Du solltest nicht immer so wählerisch sein mit den Jungs. Was denn mit dem passiert, der letztens für dich gekocht hat? Der war nicht bereit für eine Beziehung und hatte drei Tage später eine Freundin. Oder hier der eine, mit dem du nächtelang telefoniert hast. Der hat eine Frau und ein Kind. Und der, der, der Hübsche aus der Uni. Der ist zurück zu seiner Ex-Fund, der ja nichts mehr wollte. Was denn mit dem, den du im Sommerurlaub kennengelernt hast? Wie ist der denn noch gleich? Der wollte nur Freundschaft plus. Oh, oder der Hübsche, der immer mit dir und den Mädels unterwegs ist. Der ist schwul. Ei, ei, ei. Verschiedene Eltern beim Elternabend. Oh, oh. Also ich würde gerne noch ein paar neue Punkte auf die Agenda setzen. Und zwar handelt es sich hier um die Sporthalle. Sorry für die Verspätung. Stau. Ich glaube, ich wäre so einer. Ich hätte, glaube ich, übertrieben keinen Bock auf Elternabend. Das ist einfach, weil ich als Kind Elternabend schon immer scheiße fand. Also, weil ich wusste, es gibt Ärger. Also bei uns damals, da gab es Disziplin in der Schule. Da wurde, wenn ein Kind nicht gehorcht hat, zack, mit dem Lineal. Das ist eigentlich krank, wenn man überlegt, dass man früher als Kind in der Schule geschlagen wurde. Da drauf gehauen. Schreibprologos. Ist das hier die 5c? 6a. Ich bin in der falschen Klasse. Also ich möchte mich ja nicht einmischen, aber ich bin Selbstlehrerin und bei uns wird das so gehandhabt, dass... Also ich lasse mein Kind alles selbst entscheiden. Wenn es keine Hausaufgaben machen will, dann will es keine Hausaufgaben machen. Klingt nach völligen Chaos. Es muss schließlich seine eigene Identität finden. Junge, dann wäre meine Identität den ganzen Tag daddeln. So und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ist es ein lebsches Mathematik. Ich bin sehr dumm. 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 Die Wissenschaft ging lange davon aus, dass Affen deshalb nicht sprechen können, weil ihr Kehlkopf anders aufgebaut ist als der von uns Menschen. Aber das stimmt nur zum Teil. Ein Forschungsteam der Universität Wien hat die stimmbildenden Organe, also Kehlkopf, Zunge und Lippen von Affen genau untersucht und herausgefunden, dass diese weitaus flexibler sind als bisher angenommen. Vielleicht können sie reden. Sie zeigen es nur nicht. Ihr Fazit? Der Grund, warum Affen nicht sprechen können... Der hat doch da auch einen Bauchnabel, oder? Der Affe? Oder was ist... Entschuldigen Sie. ...Pannen ist nicht ihr Körper, sondern ihr Gehirn. Was? Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen erstellten die WissenschaftlerInnen ein Computermodell des Sprechapparates von Makak. Die sind zu doof zum Reden, oder was? Ackenäffchen. Das Modell zeigt, dass es für Affen eigentlich nicht so schwer wäre, viele verschiedene Sprachlaute zu produzieren und daraus tausende unterschiedliche Worte zu formulieren. Aber ihr Kapfchen macht da eben leider nicht mit. Na toll. Arme Affen. So, heute sind Berufe dran. Da gibt es zwar sehr viele, aber wir brauchen noch eine Bezeichnung... Wie Rufe... Äh... Hier fehlt auch ein bisschen Gehirn. Wie Berufe benannt wurden. ...ein Bezeichnung für die Leute, die sehr viel handwerkliches Zeug machen. Handwerker. Zusammengefasst einfach Handwerker. Nehmen wir. Sehr gut. Hätte ich auch selber draufgekommen. Ja, ja, ja. Was ist mit Leuten, die Musik machen? Musiker. So easy, aber finde ich gut. Dann fehlt nur noch eine Bezeichnung für die Leute, die für den Staat arbeiten und in Städten für Sicherheit und Ordnung sorgen. Ähm, wie wäre es mit... Polizei. Mit Sicherheitsarbeiter oder für Staatsordnung sorgende Sicherheits... Polizist. Hä, hä, hä? Ist das... Wie heißt das? Latein? Polizia? Ne, das ist halt keine Ahnung. Was ist... Vergesst einmal, was ich gesagt habe. Polizia, das ist... Das ist spanisch, oder? Was ist ein Latein? Ach, Latein. Latinum. Ich habe das kleine Latinum. Nein, habe ich nicht. Alter, wer ist er denn? Junge, was sind das für... Der Katzenklub. Alter, alle kommen in den Katzenklub. Alter, wie du danst. Ich bin einfach den Türsteher redig. Der hat Stil, Mann. Komme ich auch rein? Arten von Schülern, wenn der Lehrer rumgeht und Hausaufgaben kontrolliert. So, Tom, Hausaufgaben? Oh, ja. Das hast du noch gerade erst geschrieben. Nee, das habe ich alles zu Hause. Ich habe gerade nur was korrigiert, wirklich. Fynn, wo sind deine Hausaufgaben? Habe ich nicht gemacht. Wie? Nicht gemacht. Warum? Die haben wahrscheinlich genauso wenig Lust, hier zu sein, wie ich. Ach, Fynn. Ja, ist dein vierter Strich, ne? Rube ich deine Eltern mal an. Machen sie das. Ja, ich muss ganz kurz suchen. Ich hatte... Oh, dieses... Oh, das ist so unfassbar unangenehm. Auch wenn du so Kollegen... Du wusstest einfach. Sagen wir mal, keine Ahnung, ein Kollege neben dir und er sucht und er sucht und du weißt einfach, Junge, probier es nicht. Du hast sie nicht. Hör auf mit der Show. Ich hatte... Ich habe die 100% nicht dabei. Doch, das geht noch. Das geht noch. Der ist doch erst da hinten. Komm, bitte. Das fällt auf. Kannst du mir die bitte... Bitte. Nein. Schreib auch ganz schnell. Das ist aber nicht deutsch. Das ist englisch. Englisch? Wie? Ja, das ist ein Täuschungsversuch. Ach, das ist ein Täuschungsversuch. Ich habe noch Aufgaben gemacht. Die Aufgabe 3. Seite 83, Nummer 4. Das ist aber nicht mal deutsch. Ja, ich mache das manchmal auch nochmal... Ich mache das auch manchmal einfach auf Englisch. Junge, einfach 10 von 10. Das war... Ach, Schule. Gute Zeit. Außer wenn Elternabend ist. Hallo Opa, frohe Ostern. Hallo. Hey Papa. Wie schön, dass ihr mich besuchen kommt. Aber klar doch, Opa. Du bist mein Lieblings-Opa. Du bist der beste Enkelsohn auf der Welt. Ja, damit es jetzt gleich Cashmash gibt. Ach Opa, hör auf. Ja, hör auf. Dein Enkelsohn ist nämlich ein Riesenopfer. Aber was... Warum sagst du sowas vor Opa? Opa interessiert mich nen Schei... Pass auf, wie du redest, du dummer Huhn. Sprich nicht so mit meinem Vater, du alter Bas. Sprich nicht so mit meinem Vater, du kleiner... Hä, ich dachte, die wären Brüder oder so. Opa, schluss jetzt damit. Los, zeig deinem Sohn und Enkel die Eier, die du angemalt hast. Okay. Ich hasse es, hierher zu kommen. Halt die Schnauze und hol das Auto. Junge, das war wie ein Fiebertraum, das Video. Einfach überall nur Schellen. Und Opa... Ich schwöre, ich habe mir keine Yoga-Videos angeguckt. Junge, was ist denn da los? Machen wir weiter. Mama beleidigt. Was? Laura, guckst du wieder irgendein dummer YouTube oder Netflix? Das klingt doch schon dumm, was du da guckst. Mein Lehrer. Ey, es gab bestimmt richtig kranke Situationen über Zoom-Calls und so während der Schulzeit, oder? Oh, oh, das war eine Schlange, Alter. Ja, hier. Oh, der Affe, Alter, der Affe hat sich auch erschreckt. Oh, nee, nicht wieder der Katzen-Club, Alter. Was ist denn mit dir los? Hast langweiligen Leuten zuzuhören? Adoptier doch einen Brülloffen. Der macht nicht nur den Smalltalk mit anderen Leuten auf der Straße interessanter, sondern brüllt einfach los, sobald irgendwelche Leute anfangen, über ihr lausiges Leben zu reden. Mit seinen Schreien in einer Lautstärke von bis zu 140 schmackhaften Dezibel bringt er jede Karen zum Schweigen. Ich meine, 140 Dezibel sind das Äquivalent zu einem Diefentriebwerk auf höchster Stufe, was auch mal das ein oder andere Trommelfeld zerreißen kann. Einziges Problem, das Ganze ist vielleicht eher nicht zu empfehlen für die Introvertierteren unter euch, wenn seine Stimme ist meilenweit zu hören, sodass ihr überall im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen werdet, wo immer ihr seid. Wie und warum ein kleines, ca. 6 Kilogramm schweres Tier in der Lage ist, so einen gewaltigen Lärm zu machen, weiß ich nicht. Wobei es schon praktisch ist, wenn man mit jemandem kommunizieren will, durch den halben Urwald schreien zu können, ganz ohne aufstehen zu müssen. Erinnert mich ein bisschen an meine Mom, die mit einer unangefochtenen Lautstärke und Intensität aus einem anderen Stockwerk mitteilt, dass das Essen fertig ist. Sorry, ich war irgendwie gerade ein bisschen abgelenkt. Ich fühle das sehr. Ich bin ja auch ein Affe. Ey, wie oft soll denn noch der Katzenklub? Was ist denn mit dem Katzenklub los? Es gibt Spinnen, die fliegen können. Ah, das sind die mit dem Fallschirm. Heute gibt es eine Tierfütterung und News. Erstmal füttern wir in meiner Akantuskuria. Oh, nee, das kann ich mir, es tut mir leid, das kann ich mir nicht angucken. Da kriege ich, kriege ich direkt... Wie sagst du auf Englisch? Ich schlafe jeden Tag acht Stunden. Oh, I sleep every day eight hours? I sleep every day eight hours. Ja, das ist falsch. Nicht ganz, in dem Satz hast du mehrere Zeitangaben. Nee, komm, ich bin jetzt, ich bin nicht in der Schule, schnell weg. Der Angeklagte. Oh, ja, den Jungen haben wir lange nicht mehr gehabt. Der Dönermann des Vertrauens. Wenn man heutzutage vor Gericht ist, zwei. Der Angeklagte, der Dönermann des Vertrauens. Aber auf diesen Bildern ist er am Schlafen. Und das mit Socken. Schon? Oh. Einspruch, euer Herrin, das ist nicht die Anklage. Rechtsanwalt, wir wollen doch nur wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Jetzt kommen Sie schon zur Sache, Herr Staatsanwalt. Der Kunde ist König. Aber das war wohl nicht der Fall für das Opfer. Ich wollte nur ein Döner kaufen, aber sie hat nicht da, was ich bestellen wollte. Und mit welchem Salat wollten Sie Ihren Döner denn haben? Na, Salat. Nur Fleisch. Aber mit welchem Fleisch? Dann natürlich mit Schweinefleisch. Schweinefleisch? 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 Freispruch für den Angeklagten? Hauen Sie da ruhig drauf. Vielen Dank, euer Herrin. Ende der Verhandlung. Boah, bisschen eskaliert. Welcher Schüler davon warst oder bist du? Nee, bei uns war das Handy zur damaligen Zeit noch so kacke, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Hat immer, war ich auch nicht, hatte nie Kaugummi. Ich war Schnorrer. Also, ich persönlich bin da... Beteiligt sich... Nee, ich war... Ich war... Ich bin immer noch schüchterner Nut. Anderer Meinung... Meiner Meinung nach will der Autor damit aussagen, dass die... Nee. Hab ich... Nee. Mucke hab ich auch nie gehört. Welche Seite sind wir? Was mussten wir machen? Auch nicht. Wir hatten auch Aufgaben. Schmink... Nee, ich hab... Ich hab... Paläto ein bisschen. Malt. Manchmal hab ich aus Langeweile in so Fächern wie Spanisch, wo ich nichts gecheckt hab, hab ich gemalt. Aber nur so random. Ja, vielleicht Quatschkopf. Aber... Naja, auch nicht immer. Hat wiederholt. Jungen, das stimmt. Teilweise gab's schon Leute, wo man sich dachte... Brudi, bist du nicht schon 20? Welcher? Ja, irgendwie war ich da keiner von. Ja, irgendwie war ich da keiner von. Aber was ist denn mit dem? Alja! Der kleine Hundi weiß gar nicht, was los ist. Aber geiler Song. Handy zum Schummeln? Und da ist doch meine allerbeste Lieblingsschwester, Mr. Girlie Girl. Sag schon, was brauchst du von mir? Ich brauch dein Handy. Bei der Prüfung werden Handys abgesammelt und ich brauch ein zweites Handy, um zu schummeln. Na gut, hi-ho. Danke. Und... Ah ja, du bist nicht meine Lieblingsschwester. Ich hab ne bessere Bindung mit der Kakerlake unter meinem Bett als mit dir. Also bild dir nichts ein. So, Schle, ich hoffe, ihr habt für den Test gelernt. Ich werde jetzt eure Handys... Aber kann man richtig gut mit dem Handy schummeln? Was gibt's da für Tricks? Schreib sie mal bitte in die Kommentare. Herr Gartengräte, Sie können mein Handy haben. Ist ausgeschalten. Oh, er verhält sich irgendwie komisch. Ich... Ich hab ein Handy auf dem Boden gefunden. Ja, ja, gib es mal her. Hier. Aha, wir suchen es dann als Hintergrundbild deine Familie zu sehen und gar nicht recht bist auch du. Achso, nein, das ist euer Hund. Ganz links bist du, ganz links, ja. Also bei Mathe bringt's nichts. Ja, so ein Deutsch... Nee, Geschichte und so weiter. Ich check's nicht. Kann man so easy mit mir Handy... Junge, du musst doch die ganze Zeit so. Der ist doch so ein Zettel, wo du alles aufschreibst. Tausendmal geiler. So ein Spickzettel halt. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über... Wie so Sandstrände... Ja, man hat ständig Sand... So Sandstrände scheiße sind zuerst über mich. Ich bin Schweizer und wir haben kein Meer, deshalb bin ich ein Experte in... Stimmt, die Schweiz hat keinen Meerzugang. ...diesem Thema. Wo sind Sandstrände perfekt? In der Vorstellung, in der Realität ist es meistens ein bisschen wie ein Tinder-Date. Extrem scheiße. Aber auch ein Sandstrand hat vor... Sind Tinder-Dates... Tinder-Dates scheiße? ...Nachteile. Der Vorteil der Strand, der Nachteil der Sand. Hier ein paar Beispiele. Sand ist extrem heiß. Das schmerzt an Füßen. Oh ja, in Los Angeles. Da mussten wir einmal richtig sprinten. Da sind wir über den GDA-Strand gelaufen. Klebt an der Sonnencreme und man fühlt sich in planiertes Schnitzel. Laufen im Sand ist extrem anstrengend. Das führt zu folgendem Problem. Man ist am Strand, hat extrem heiß. Geht ins Wasser, um sich abzukühlen. Will dann wieder zurück zum Tuch laufen. Durch das Laufen im Sand hat man wieder extrem heiß und muss wieder baden gehen. Alles ist voll Sand. Wobei so ein bisschen... Vor allen Dingen den blöden Sand nimmt man dann auch mit nach Hause. Und am schlimmsten ist er, wenn er dann irgendwo in so Elektronikartikel, am Handy oder so... ...Brunch in dem Sandwich sehr, sehr geil ist. Noch ein kleiner Fakt. An einem durchschnittlichen Strand hat es sieben Trilliarden Sandkörner. Das ist immer noch weniger als 24-Tim-Stories an einem Tag. Ist das so? Weiß ich nicht. Denn jetzt ist Ende. Deus wiederj Peki. Also dass du Tal und Video. Aber Gan fight für sich sehr vor und wir sind bei demnel инструмент es aus der Inговряeают. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. patriidency ging insiders. Das war dieroffen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.